Arzt sein ist für mich eine Berufung. Meine langjährige berufliche Erfahrung zeigt mir immer wieder, wie kurz und wertvoll das Leben ist. Diese Wertschätzung für das Leben ist meine Motivation, bei der Behandlung meiner Patienten stets das Beste herauszuholen. Ich bin esimp Ich sehe in meiner Sprechstunde regelmäßig Patienten, die einen längeren Anfahrtsweg in Kauf genommen haben, um sich eine zweite Meinung zu ihren Beschwerden einzuholen. Natürlich gibt es komplexe orthopädische Krankheitsbilder, bei denen man als Experte konsultiert wird. Häufig kommen aber auch ratlose Patienten zu mir, denen aufgrund ihrer Gelenkbeschwerden bisher nicht geholfen werden konnte. Als Spezialist für regenerative Gelenkkirurgie ist es mein Ziel, durch modernste konservative und operative Therapieverfahren Gelenke zu sanieren und wieder funktionstüchtig zu machen. Patienten qualitativ hochwertig behandeln zu können, ist ein Privileg. Denn zum einen ist Qualität nur möglich durch ein umfassendes fachliches Know-how und viel Erfahrung. Zum anderen bedeutet Qualität aber auch, sich für die Beschwerden des Patienten die nötige Zeit zu nehmen und ein Vertrauensverhältnis zu schaffen. Diese beiden Qualitätskriterien stehen für mich immer an erster Stelle. Impuls der Zeit zu arbeiten und hochwertige Medizin anzubieten, ist nur möglich, wenn man die rasante medizinische Entwicklung nicht nur mitverfolgt, sondern auch mitgestaltet. Hierfür arbeite ich in verschiedenen nationalen und internationalen Gesellschaften und beteilige mich universitär an der Aus- und Weiterbildung von Medizinstudenten und Ärzten. Und ich danke meinen Eltern und meiner Familie, dass sie diese Zeit zusammen mit mir getragen haben und tragen. Ich habe das Glück, in einer der schönsten Regionen Deutschlands im Voralpenland arbeiten zu dürfen. Dabei ist mir die Wiedergenesung meiner Patienten ein Herzensanliegen, damit sie diese wunderbare Natur, ein Stück Himmel, wieder genießen können. In der Freizeit, beim Sport, im Tal oder auf dem Berggipfel. In der Freizeit, beim Sport, im Tal oder auf dem Berggipfel. Die Operationen führe ich in der Asklepios Klinik Bad Tölz. Einem akademischen Lehrkrankenhaus der LMU und TU München durch. Meine Schwerpunkte sind dabei, regenerative Gelenkkirurgie und Knorpeltherapie, minimalinvasive Chirurgie und Arthroskopie, die Sportorthopädie und Sportmedizin, Kinderorthopädie und Säuglingshüftzonografie, Chirotherapie und Wirbelsäulentherapie, sowie das gesamte Spektrum der konservativen Orthopädie. Gerne berate ich Sie in meiner Sprechstunde. Ich freue mich auf Sie, Ihr Professor Dr. Peter Kreuz. Ich freue mich auf Sie, Ihr Professor Dr. Peter Kreuz. Ich freue mich auf Sie, ihr Professor Dr. Peter Kreuz.